Heute entdeckte ich das Schiff 1000 Sunny aus der Serie One Piece auf meinen Minecraft City Build Server und als ich es weiter erkundete, entdeckte ich den Spieler Pug29. Er war gerade dabei, das Schiff fertig zu bauen und da ich seine Idee echt gut fand, ging ich aus dem Wellisch und er freute sich sehr. Also half ich ihm etwas, indem ich ihm ein paar Blöcke droppte. Nach etwa einer halben Stunde konnte er das Schiff erfolgreich fertigstellen und da ich ihn noch etwas unterstützen wollte, fragte ich ihn, ob er eine Challenge für eine große Belohnung machen möchte. Er akzeptierte die Challenge und demnach spawnte ich einen Warden, welchen er besiegen muss. Was er aber nicht weiß, dass ich ihm insgeheim Gottmord gegeben habe und er somit keinen Schaden bekommen kann. Demzufolge begann er den Warden mit seinem Diamantschwert zu schlagen und nach etwa 5 Minuten konnte er ihn erfolgreich eliminieren. Da er die Challenge gewann, gab ich ihm den besten Rang auf unserem Server für 24 Stunden und pro Follow erhält er ihn für einen Tag länger. Zusätzlich droppe ich ihm pro Like ein Diamant und zudem erledige ich den Top-Kommentar für ihn. Der Server ist Java und Bedwalk, folgt viel mehr.